Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Schiemenkrieger besiegst. Von ihm bekommst du den Zeremonientanto, das ist ein Dolch, mit dem du Vitalität in Geistembleme umwandelst. Dazu müssen wir erstmal zu dem unterirdischen Wasserlauf reisen, dieser befindet sich im verlassenen Verlies. Als nächstes drehen wir uns um, rennen unten durch, also das heißt wir gehen nicht nach oben, sondern wir rennen unten durch, biegen links ab, rechts und da siehst du ihn schon. Vor dem Kampf natürlich göttliches Konfetti essen und aus der Lilien eine Flasche trinken. Wenn du diese Gegenstände nicht hast, schau dich bitte in unserer Playlist um für Sekiro 100%. Dort findest du die beiden Gegenstände. Ohne diese Gegenstände ist dieser Kampf so gut wie unmöglich. Jetzt springen wir in den Kampf und ich mache eine Live-Analyse, denn der Kampf ist nicht besonders schwer. Einfach zurennen, losschlagen und wir müssen nur ein paar Sachen beachten. Du siehst, ich verpasse ihm einige Hits. Er macht sich nach einer Zeit unsichtbar. Lass dich von diesen Lichtern nicht treffen. Er hat verschiedene Lichter, die kleinen sind jetzt nicht so schlimm. Und natürlich auf den Strahl aufpassen. Du musst dann gucken, wo er auftaucht. Also du musst ihn erstmal finden. So, dann machen wir einfach so weiter. Pass auf, er schlägt natürlich auch, aber so viel Schaden macht er nicht. Also, seine Hits sind relativ schwach. Du kannst dich natürlich dann schnell heilen. Und auf diese großen Teile musst du aufpassen, dass sie dich nicht treffen. Die sind aber relativ langsam und man kann ihnen leicht ausweichen. Also, jetzt ist er wieder verschwunden. Jetzt müssen wir ihn wieder suchen und jetzt trifft er mich hier mit dem Strahl. Also, da hätte ich einfach besser ausweichen müssen, aber ich dachte, so kann er mich gar nicht treffen. Aber ja, er hat mich halt getroffen. Ja, schon haben wir den ersten Balken abgezogen. Du siehst, er ist komplett einfach. Ich esse jetzt hier ein Konfetti. Ich habe das jetzt aus dem Menü gemacht. Du kannst es natürlich dir auch ins Inventar reinlegen. Meistens muss man zwei Konfettis essen pro Boss. So, dann kommt wieder der Strahl, trifft mich leider, aber der zieht auch nicht besonders viel ab. Also, da brauchst du keine Angst haben. Nochmal aus der Flasche kurz trinken. Dem großen Teil ausweichen. Das ist halt, wie gesagt, sehr einfach, sehr, sehr, sehr langsam. Und auch die kleinen Teilchen, die ziehen fast gar nichts ab. Und dann einfach drauf hämmern. Also, das hätte man viel besser machen können. Ich habe ihn jetzt First Try gekillt. Deswegen habe ich hier einige Fehler gemacht. So, da hat er mich zweimal getroffen, aber seine Schläge sind relativ schwach. Jetzt verschwindet er. Er hätte nur noch einen Hit gebraucht. Dann hätte ich ihn schon getötet. Jetzt suche ich ihn wieder. Jetzt bin ich aber schlau und weiche ordentlich aus. Einfach horizontal weglaufen. Hier trifft mich leider so ein dicker Klumpen. Weil sonst hätte ich ihn jetzt schon gekillt. Ja, und jetzt kille ich ihn hier. Also, einfach mal so eine kleine Live-Analyse, weil der Boss halt einfach ultra leicht ist. Also, du siehst, er schmeißt diese dicken Klumpen, schießt den Strahl. Und selbst wenn er dich damit trifft, das zieht fast gar nichts ab. Ja, wir sehen uns in weiteren Videos. Ich kann dir nur die Playlist für 100% Sekiro empfehlen. Schau dich dort um, dort findest du alles. Farming-Spots, Boss-Gegner, verschiedene Analysen, Zwischenbosse. Also wirklich alles, was du brauchst. Die, die Musik-Spots, Boss-Gegner, verschiedene Analysen, Zwischenbosse. Und jetzt können wir noch mal auf, was du schon beschwerst. Und jetzt können wir noch mal euch das. Und jetzt können wir uns vorføre, was du schon überhören. Also, dann können wir uns vorfühlen. Nichts Estamos. Und jetzt können wir uns vorfühlen. Untertitelung des ZDF, 2020